KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung ihrer Immobilie geht. In Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Aktuell fahrende die Polizei Mannheim im Bereich Ketschschwitzingen nach einer vermissten Person. In die Suchmaßnahme mit eingebunden ist auch ein Polizeihubschrauber. Gesucht wird eine 29-Jährige. Sie ist ca. 1,85 Meter groß, schlank und hat eine blonde Igelfrisur. Und ist vermutlich mit einem Kapuzenpullover begleitet. Hinweise bitte ans Polizeirevier Schwitzingen.